Oh je, wir sind ja schon fast durch. Herzlich willkommen zum Abschluss. Es geht um das Beenden von Kampagnen und um ein paar nützliche Tipps Reiseproviant für euch. Denn wenn ihr als Kampagnerinnen loslegt, können euch vier Überlegungen ein bisschen helfen. Eine Kampagne muss und sollte vielleicht sogar überhaupt nicht vom ersten Tag bis zum letzten komplett durchgeplant sein. Ihr macht euch kluge Gedanken, ihr überlegt euch einen richtig guten Einstieg und natürlich habt ihr Ideen, wie es weitergeht. Aber ihr ruft Reaktionen hervor und ihr überlegt auch, wie ihr damit genau weiterarbeiten möchtet. Das führt manchmal dazu, dass es ganz anders weitergeht, als ihr vielleicht noch eine Woche vorher gedacht habt. Traut euch das, es macht viel Freude. Aber wenn ihr von der durchplanenden Sorte seid, es ist auch in Ordnung. Ihr könnt auch die geplante Folgeaktion durchführen und eher euch an ein festes Drehbuch halten. Es lohnt sich immer, aus den Erfahrungen, die ihr unterwegs macht, zu lernen. Nehmt euch, wenn es irgendwie geht, ein bisschen Zeit, um auszuwerten, was es euch passiert und was wollt ihr damit machen. Und ihr seid richtig großartig, wenn ihr das schon mittendrin macht und nicht erst am Schluss. Geht ein bisschen ähnlich wie beim ersten Reiseproviant-Tipp. Schaut einfach auch, was passiert und passt eure Strategie an. Achtet auf euch. Das ist leicht gesagt und manchmal nicht so leicht getan. Kampagnen fressen gerne ganz schön viel Zeit und Energie und machen eure To-Do-Liste rappelvoll. Passt aber auf, auf euch selber und auf eure Mitstreiterin. Versucht euch auch gemeinsam mal Zeit zu nehmen und drauf zu schauen, wie es euch geht. Nutzt bewusst die Stärken, die ihr habt und findet heraus, was passt, was jede Person aus eurer Gruppe wirklich beisteuern kann. Mehr Spannendes gibt es dazu auch in dem Selbstlernkurs Mehr werden. Kampagnen klug beenden ist auch leichter gesagt als getan. Überlegt euch deswegen schon bei Zeiten, wie ihr am Ende aussteigen wollt. Nicht jede Kampagne erreicht alle Ziele, die sie sich gesetzt hat. Das ist okay, aber es ist dann wichtig zu überlegen, wie kann es weitergehen. Vielleicht passt ihr die Ziele ein wenig an. Vielleicht habt ihr eine Idee für Nachfolgerinnen, die übernehmen und weiter an dem Thema dranbleiben. Oder ihr wisst, eine befreundete Initiative, die das kontinuierlich tut und wo euer Thema auch in guten Händen ist. Macht euch das bewusst und wenn ihr fertig werdet, feiert euch. Ihr habt was Tolles auf die Beine gestellt, viel gelernt, viel gerüttelt und bewegt und das lohnt sich zu feiern. Ich wünsche euch richtig viel Spaß mit der Kampagnenarbeit. Vielleicht sehen wir uns auf der Straße oder in verschiedenen Kampagnen schmieden. Ich freue mich drauf. Danke euch.